Draußen, ne? So, jetzt brauchen wir erstmal wieder die Hacke. Erstmal müssen wir hier ganz viel Kack ablegen. Hier, was wir nicht brauchen. Was brauchen wir denn mal nicht? Wir brauchen eigentlich alles. Außer natürlich das ganze Holzzeug. Das war falsch, egal. So, die Hacke müsste ja hier drin liegen. Ach ne, die haben wir doch eben weggeschmissen raus, ne? Die haben wir doch geopfert. Öh, Opfer. Opferhacke. So, machen wir das mal so. Äh. Ach, das ist normaler Stein. Stein, warum ist das alles Stein? Ach, hätte ich wahrscheinlich... Eben auch... Habe ich bestimmt eben aus dem Ofen geholt, den Stein. So. Wohl eine Reihe muss ja sowieso. Machen wir mal hier. Und jetzt ist auch gleich die Schaufel kaputt gegangen. Ah, da ist sogar Wasser drunter. Ist das jetzt blöd. Wie machen wir das denn mal? Ach, hier. Können wir das ganz gut machen. Jetzt bräuchte ich natürlich Erde. Hier ist... Das sollte eigentlich reichen. Ach, komm. Nein. Ach, Mist. Fail. So. Die Erde muss wieder weg. Die muss hier wieder hin. Riecht das halt eben anders, wenn du nicht so willst, wie ich... So, und hier kommt jetzt Wasser rein. Hier kommt Wasser rein. Machen wir das gleich mal so. Eigentlich hätten zwei gereicht. So, wir haben nämlich gleich einen unendlichen Brunnen geschaffen. Da fließt das Wasser dann automatisch wieder nach. Ist immer ein bisschen schwer zu sehen. So, und jetzt mal hier. Okay. Sehr schön. Und jetzt mach ich mal noch eine zweite Reihe. Ach, komm, hier. So, habt ihr gesehen, wenn man springt, dann ist das wieder... Lohnt ja noch nicht eine zweite Reihe. Ähm. Oder muss das normale Erde sein? Ach. Machen wir mal fröhliches Springen. Ich mach mal eine Musik an, die dazu passt. Kommt. Kann ich mir jetzt mal nicht entgehen lassen. So. Wo hab ich die Musik denn? Wo ist die Musik? Ah, hier ist sie. Ich hab sie gefunden. Dann mach ich mal hier auf Pause. Ähm. Eine Musik, die dazu auch passt. Ähm. Kurzen Moment. Wenn hier alles, alle Programme gleichzeitig laufen. Brauchen die anderen Programme ein bisschen länger zum starten. Und... Ja. So. La 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 la. La 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 la. Bäm. 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 Ich töte dich, Erde. Nein. Ich töte dich nicht. Ich bin Larry. Ich hab's leider nie gespielt, aber das Spiel soll cool sein Wenn ihr jemanden kennt, der ein gutes Let's Play davon führt, dann auf jeden Fall in die Kommentare reinhauen Ich guck's mir an, oder wenn ihr ein Ja genau, wenn ihr ein Larry Lever, ein Leisure Suite Larry Let's Play habt Dann schreibt es einfach in die Kommentare Ich werde euch abonnieren und werde euer Let's Play gucken Fröhliches Unge-Hopse so Das war's auch schon leider und ja nicht noch mal nicht noch mal so jetzt können wir ja normale musik machen weil das kreuz oblivion schöne oblivion töne die wir gerade jetzt so jetzt habe ich eigentlich schon das ist heute erfüllt was ich schon in der ganzen aufnahme machen wollte und ich habe ihn wie noch lust auf minecraft das kann man noch mal machen ich glaube wir ernten gleich erst mal das zeug dahinten ich trinke mal eben also ich weiß ja nicht also ich kann also ich trinke gerne irgendwie sowas was während das let's play so ein bisschen aufputscht so ein bisschen ja muss man das mit der hau abbauen sehr schön den brauchen wir ganz wichtig das hier haue ich erstmal wieder weg das geht ja mal gar nicht dann trinke ich immer wenn ich aufnehme so ein bisschen was aufputscht ach ich mir fällt ein was ich machen könnte machen hier jetzt erst mal gleichen eingang damit ich nicht während des let's plays einschlafe hier ist noch zuckerrohr da ist er ja ich bin fisch so hier und hier und hier ist die reihe fast voll dann können wir ja jetzt hier ja wie machen wir das denn hier nehme ich erst mal oh damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ok dann müssen wir hier dann brauchen wir den ofen doch nicht weg hauen und hier kommt jetzt ein loch rein jetzt bräuchte doch mal so einen eimer wo wasser drin war jetzt habe ich denn hier noch holzplatte ja das ist das was ich suche that is that i'm looking for i'm looking for minecraft aber ich hätte ähm ist das loch hier? es sagt nicht das loch ich wollte eigentlich hier in den keller ja ich werde fast angefangen ein lied von david hasselhoff zu singen aber das will ja nun mal keiner ne? ich glaube hier bin ich genau genau unter der grenze das kann man ja nicht gut sehen weil es ja so dunkel ist aber jetzt erstmal so das falsche loch bei ach so habe ich hier jetzt noch Erde drin ja ich habe hier noch Erde drin und zack gut hier oben das war wenigstens Licht nur ich habe jetzt die Befürchtung wenn wir jetzt hier noch graben ah Glück gehabt so das machen wir hier erstmal aus Kabels aus Pflasterstein nein so jetzt müssen wir einmal hochgehen dieser Eingang kommt natürlich bald weg aber Leitern brauchen wir trotzdem noch ne mach ich mal ich mach mal Schilde egal mach ich die jetzt ich mach mal jetzt ein paar Schilder Schilder so ähm nein ich mach mal 4 ich weiß gar nicht wie viel im Endeffekt bei rauskommen ich glaube 4 2 ist einer zu viel ja genau 4 ich hoffe mal dass das reicht ihr wisst vielleicht noch nicht was ich vorhabe würde mich auf jeden Fall nicht wundern äh hier hier und brauchen noch ein Schild ja da rum gut ähm ja dann ah jetzt wisst ihr doch sowieso schon was ich vorhabe oder ihr wisst es doch hier kommt nämlich jetzt ein scheiß Haus rein und hier zwischen muss jetzt äh Wasser hier die beiden Eimer hole ich mir auch nochmal so und und den nochmal die Schilder halten nämlich das Wasser auf und so kann man schneller nach oben das ist eigentlich ne nein glücker was war das ah ich weiß warum ach ich weiß warum ach ich weiß warum hm ok wie machen wir das denn gleich mal ach hier fehlt mir ja sowieso wie machen wir das übrigens finde ich es hier ziemlich dunkel drin aber ich habe gerade keine Fackeln dabei wir könnten ja haben wir noch Zaun irgendwo müssen wir doch hier ach das war natürlich falsch so dann kann das Wasser schon mal nicht mehr den haue ich erstmal hier weg boah das ist mir jetzt gerade wirklich zu dunkel wahrscheinlich liegt das daran dass die Sonne so so ein bisschen auf meinem PC scheint aber ich mache jetzt erstmal hier Fackeln ähm Fackeln wir müssen ja hier nicht äh im Schatten da sein leben hier wo hier stehen ja einige Fackeln ne ach ich finde es trotzdem hier irgendwie keine Ahnung ob es an der Textur liegt gut gut jetzt kann das Wasser schon mal nicht mehr in diese Richtung nein wollte ich nicht so so Mist äh sieht natürlich jetzt gleich ein bisschen speziell aus sieht auf jeden Fall sehr komisch aus egal hier machen wir dann unseren Einstieg rein haben wir dann zufällig noch nehmen wir einfach hier das hier nehmen wir einfach hier das hier ein an so